Der Mensch ist mobil, leistungsstark im Beruf, engagiert im Wettbewerb. Er nutzt seine Chancen, Verbesserungen werden rasch umgesetzt. Bis zu 30 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen mobile Mitarbeiter im Flugzeug, in der Bahn, im Hotel. Das Bedürfnis, Reisezeiten geschäftlich zu nutzen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Swisscom Mobile macht ihr Büro mobil. Sie sind unterwegs und haben trotzdem Zugriff auf ihre Daten, ihre Kontakte, ihre E-Mails. Beispiel Corporate Office Access. Mit diesem Produkt bekommen Sie via Handy, Laptop oder Pocket PC den Zugriff auf Ihr Firmennetz. Damit sind Ihre geschäftlichen E-Mails, Aufgabenlisten und Termine für Sie jederzeit verfügbar. Beispiel Blackberry. Das mobile Büro im Westentaschenformat für Kunden von Swisscom Mobile. Handliches Gerät, Handy und Agenda in einem. Automatisch und ohne manuelle Einwahl empfangen Sie Ihre E-Mails und können elektronische Post sofort und überall bearbeiten. Beispiel Public Wireless LAN. Das kabellose Netz macht mobile Kommunikation noch komfortabler und ist die Antwort auf unproduktive Wartezeiten. Sie können sich an jedem Hotspot einfach und kabellos in das Internet oder in Ihr Firmennetz einwählen. Hotspots sind stark frequentierte Orte wie Bahnhöfe, Flughäfen, Hotels, Kongresszentren und Messen. Mit einer Übertragungskapazität von bis zu 2 Megabit pro Sekunde ergänzt Public Wireless LAN die heute schon vorhandenen Möglichkeiten der mobilen Datenkommunikation. Public Wireless LAN ist schnell und einfach zu bedienen. Sie können komfortabel eigene Netzwerkanwendungen starten, große Datenmengen herunterladen und Aufträge von unterwegs ohne Zeitverlust abwickeln. Egal welche Produkte Sie nutzen, Swisscom Mobile geht keine Kompromisse bei Sicherheit und Datenschutz ein und überträgt damit konsequent die Vorteile der Mobiltechnologie auf Ihre geschäftlichen Erfordernisse. Mit kurzen Reaktionszeiten in Vertrieb und Service verbessern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das mobile Büro. Ein Gewinn für Sie, Ihre Kunden, Ihre Mitarbeitenden, für Ihr Unternehmen. Ein erreichbares Ziel. LARGün für Sie, Ihreiplin haben Sie den unerigeniph seatbelt. Ausmої südlich sind Ihre alignmenten. Hu blästere für Sie jacketsverlust. Test. Das ist die dritte ceremon interior. These sind die hinterlosenball neighbors und reverbe ich unterdrücken.